Wow! Tach, weiter geht's bei Mario Party Superstars und Peach Birthday Cake gegen die extreme Peach. Unser Endboss im Party-Modus also. Bislang läuft's eigentlich ganz gut. Minispiel-technisch sieht's gut aus, Münzen-technisch sieht's gut aus und wir führen auch mit einem Stern, aber das kann sich alles blitzschnell ändern. Bin mal gespannt. Möchte ich denn? Gib dir Münzen. Darum freut auch. Kann ich sie denn immer auf Upgraden? Hier wurde erzählt, ich kann die Upgraden. Naja, für 30 Minuten eine große Erdbeer... Ich glaube, dass ein Stern passt. Wenn die Peach draufkommt, dann hab ich den Stern. Und ich kann's mir ja leisten aktuell. Ich hab eine schöne große Erdbeerpflanze. Wenn die jetzt ein Stern-Clown, das müsste er auch ein Achievement geben. Mit anstatt von Münzen sind Stern-Clown. Toll, oder? Ja, Lucky Tut, das ist super, wenn einer drauf landet. Also Mario oder Peach. Bei meinem Glück keiner von beiden. Was hast du jetzt vor? Wirst du zu... Okay. Oh, Peachy, Peachy, was machst du? Ja gut, ich hab Zeit. Meine Pflanze auch. Die geht erst weg, wenn sie den Stern geklaut hat, Leute. Ich brauche noch so ein Feld, wo ich noch so eine Pflanze draufballern kann. Dann hab ich zwei. Das Schlimme ist, die anderen werden das genauso machen. Und dann hab ich die Arschkarte. Sag mal! Das ist jetzt kaputt! Oh, das ist kacke. Ich weiß nicht, wie das geht. Geil! Wow! Die wussten nicht, was sie tun sollen. Weil ich dauernd gewechselt hab. Okay, das ist super einfach als Einspieler. Er läuft langsam. Sollten wir den Minispielstern langsam safe haben? Ich hab da ein gutes Gefühl. Oh, mit 15 Runden ist das Brett so viel angenehmer. Ich hab da nur 20 gespielt, ey. Dann wirst du einfach groggy irgendwann. Aber 15 ist echt super. Paar. Ey, egal. Dann ist die wenigstens weg. Dann ist die wenigstens weg. Die klauen doch 9. Ich hab eigentlich mit den Clown 10. Egal. Ich hab beim ersten Mal spielen hier, glaub ich, nicht so viel richtig verstanden. Ja, das war auch spät abends. Ich erkenne da ein Muster. Ja, da es jetzt hier doch nur zwei Folgen werden im Endeffekt. Aber dann noch ein oder zwei Folgen Mount Minigame und dann war's das, ne? Weil die Achievements werde ich nicht machen. Aus zwei Gründen. A, einige davon sind einfach nur random as hell und nicht steuerbar zum Kommen. Und es gibt Online-Achievements. Und dann bin ich generell komplett draus, weil ich finde, Online-Achievements darf's nicht geben. Die haben ein Ablaufdatum. Denn es sind nun mal auch Freaks unterwegs, die nichts anderes machen, als Mario-Party-Spiele oder Online-Spiele zu spielen. Und dann kommst du einfach an gewisse Achievements überhaupt nicht mehr ran. Also Online-Achievements sind eine Grütze. Warum's die gibt, ich versteh's nicht. Die haben keine Existenzberechtigung. Weil die führen das gesamte System meiner Meinung nach an Akta. Aber auch das ist nur meine Meinung. Könnt ihr ja auch anders sehen. Oh, landet doch auf mein... Ah, du hast keinen Stern. Das ist scheiße. Oh, jetzt hört's aber auf. Dreimal in Folge. Wollt ihr mich verarschen? Ja, gut. Da hab ich jetzt die volle Kontrolle, ne? Ich steuer nur die Säcke an. Das ist mir klar. Na? Ah, nein, 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 nein. Ich krieg den Sack auch nicht. Wenn ich ihn nicht kriege, kriegt den keiner. Den krieg ich, den krieg ich. Ja, aua. Rüber, rüber, rüber. Nein, 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 nein. Sack, 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 sack. Da ist noch ein Sack. Gib mir den Sack. Nein! Ah, fuck. Das hat er gar nicht verdient, ihr Säcke. Aber ja, ich hab mehr Münzen. Ich hab mehr Münzen. Das ist für den Münzstern wichtig. Und für den Gesamtcount, der ja leider nicht zählt, anders als in den alten Mario-Partys. Das fand ich clever gelöst, wenn wirklich der letzte Stand zählt. Das war gut. Da hast du viel mehr auf dein Geld geachtet. Wo bin ich denn jetzt? In der Nähe vom Stern? Ach ja, moin. Äh, fünf oder höher? Äh, Quatsch. Sechs oder höher. Das ist keine sechs oder höher. Das ist eine fucking drei. Aber gut, komm, gib mir Geld. Gib's mir sowieso. Es gibt auch ein Achievement dafür, dass man hier das Glück hat, dieses Feld zu erreichen. Der Stern kostet nur noch die Hälfte. Das ist ein Achievement. Was? Das kannst du nicht gezielt ansteuern. Danke, Luigi. Kannst du ja nicht mal einen Stern leisten, du Lappen. Aua. Au. Seit ich hier am Schreibtisch sitze, muss ich echt aufpassen, was ich mache. Ja, ich kann jede Geinslegung wehtun. Ich hab nämlich meinen Stuhl ein bisschen umgestellt, weil ich gerader sitze und gesunder sitze. Davor hab ich immer so ein bisschen schräg gesessen, weil ich keinen Mikrofonarm hab. Und kann hier keinen einbauen. Kein Platz dafür. Also muss ich halt näher ranrücken. Das ist halt gefährlich. Wenn man nicht aufpasst. Wenn man nicht aufpasst. Muss gewinnen. Das hilft nichts. Ich muss gewinnen. Ich brauch das Geld. Kann ich kündigen? Warte, ich frag mal kurz. Regie kann ich kündigen? Na, 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 da. Also nein. Ah, ich hasse Glücksspiele. Das war früher, weil das ein Bowser-Game. Das ist doch okay. Warum ist das jetzt ein normales Minigame? Ich bin doch das Letzte da dran. Toll. Das sind ja meine Chancen weiterzukommen. Echt gut. Nicht. Okay, das ist echt Pech. Das tut mir wirklich leid. Luigi, das hast du nicht verdient. Hoffentlich fliegt Peach raus. Komm, Peach. Mach die Fliege. Hau ab. Mach bumm. Nein, der ist gut. Der ist nicht gut. Yes. Jetzt komm, lass mich Glück haben. Bitte lass mich Glück haben. Ich brauch dieses fucking Geld. Ich brauch das fucking Geld. Grün war schon mal. Ich vertraue Grün. Grün war schon mal. Ja, okay. Gut. Mario hat damit, glaube ich, aktuell erstmal den, ähm... Na gut, ich weiß nicht, ob er den Münster hat, aber... Er hat eine Menge Kohle, sagen wir es mal so. So, schnell doch fünf Runden aus. Sehen wir uns die 13 Passierungen an. Rosalina auf 1. Aber Peach, was machst du eigentlich? Bist du auf Extrem, Mann? Das ist ein Heimspiel. Oh Gott. Auf 2 ist Peach. 3 Luigi. Und Marios 4. hinter der Lappen. Ja, ein wirklich heißer Kamm. Das bleibt spannend bis zum Ende. Hoffentlich. Aber wer wird gewinnen, holen wir doch mal einen Experten-Tipp ein. Ja, vielleicht kommen sie, wenn wir hier nicht vorher sein treffen soll. Das ist... Gumba! Ja, so viel entschlossen. Na, diese Partie hat Mario in der Tasche. Zeig mir deinen Auftritt, Mario. Ein Sieg für Marios Prophezei. Das Bonus gibt es 20 Münzen. Wow. Toll. So, das war jetzt sehr viel Betrug, damit Mario den Münzstern bekommt. Aber so sind wir halt, ne? Und vor allem ich. So. Denn ich will das Rosalina verliert. So. Zielgerade. Ihr wisst Bescheid. Im Wesentlichen gilt folgendes. Wie immer. Blaue Felder geben 6 Münzen. Rote ziehen euch 6 ab. Oh ja. Und es gibt ein Duell, wenn ihr auf dem selben Feld landet. Mario, schränkt dich an, nicht auf dem selben Feld wie Rosalina zu landen. Das geht sonst nicht gut aus. Das weißt du. So. Also, das Spiel soll nicht entschieden. Kämpft weiter. Ich hasse Toad. Hab ich ein Item? Ja, ein Pilz. Aber der hebt ja mal die Wirkung von dem Ding da auf. Nee, ne? Mach nur die Würfel. Ah, doch. Hey, Luigi. Bis zum nächsten Mal. Ich muss Peach irgendwie Geld abnehmen. Die hat... Die kann sich einen Stern leisten. Das gefällt mir nicht. Ich mein... Die Bonussterne... Ah, das könnte noch spannend werden. Je nachdem, was Mario... Macht. Ja, cool. Gib mich das da. Ich will jetzt aber nur noch mal rumrennen. Damit ich nochmal einen Stern kaufen kann. Weil dann sind wir auf der halbwegs sicheren Seite. Sind wir jetzt eigentlich auch schon mit einem Minispiel-Stern, aber... Ich vergesse es jedes Mal, dass der mir zehn Münzen abzockt. Ja, gib mir... Pfff... Gib mir den. Wenn du jetzt den Bowser schickst, werde ich wütend. Komm, lach mich an. Schön. Na ja, Bowser ist eine Abkürzung und der Bowser kostet noch Geld. Und ich hab jetzt nur noch 21 Münzen. Ich kann es mir also nicht leisten, zu Bowser zu gehen. Komm, Geld. Zehn Münzen. Mit einem komischen Pilz kannst du dir da hinschieben. Wo soll der nicht hinscheinend? Kannst du dir immer noch keinen Stern leisten. Und der hat noch Pechwürfel. Egal, ich hab meinen Doppelwürfel und meinen Pilz. Der Mario 105 Münzen. Komm, lande auf meinem Feld, Peach. Ist du nur doof? Du schenkst Mario Geld? Ey, mein, okay. Versteh schon. Warum? Er ist dein Freund, aber trotzdem... Das ist... Mario-Time. Schieben sie das Geld zu? Ich glaub's ja nicht. Nur weil er näher am Stern ist. Ah, gut. Ah, klar. Ey. Wenn der es noch ein paar Mal rumschafft, ne? Dann hab ich ein Problem. Dann ist nicht Peach mein Problem. Ah, das ist kacke. Oh, das gewinnt sie. Das seh ich jetzt schon. Wo geh ich denn mal hin? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin, ne? Ich glaub, bei... Ich glaub, beim Busch hinten. Well. Entschuldige mal. Ah, aber die geht ja nicht hin. Ja, ich glaub, jetzt hat sie einen von uns. Oh, ich war doch da drüben. Es hat ja kein Geräusch von sich gegeben. Okay, jetzt geh ich... Ähm, wo geh ich denn jetzt hin? Ich bin noch... Ich bin noch zum Y rüber. Zum Baumschlumpf. Wenn Mario es nicht dumm ist, haben wir gewonnen. Ich hab Y gedrückt. Ich schwör's euch. Ich habe Y gedrückt. Und wie kam ich eigentlich auf Mario? Luigi war noch da. Ja, war ja klar, dass sie gewinnt. Äh, komm ich da mit einem Doppelwürfel hin? Dann hab ich nie, ne? Ja, nein. Ja, weniger. Und ich bin mit einem Dreifachwürfel, weil der, äh... schafft keine 31. Ist schlecht. Das ist richtig kacke. Gut. Ich würde sagen... Gute Investitionen. Hat sich gelohnt. Glücksfeld! Stern kostet die Hälfte. Das wäre doch toll, oder? Ja! Der Stern kostet mir nur die Hälfte. Ein Achievement für mich, wenn ich zum Stern komme in drei Runden. Was ich doch hoffe. Bei den Zahlen... Bin ich mir da eigentlich so sicher. Ich hab' nicht fast aufs Mikrofon gespungen, ey. Scheiße. Äh. Aber nur fast. Jetzt kommt das auf meinem Feld. Gib mir deinem Ste... Die... Hab' den Ehevertrag, oder warum gibst du ihm dauernd Geld? Als ob der so wenig hätte, weißt du? Ich mach' mir langsam Sorgen um meinen Münzstern. Und um meinen Ereignisfeldstern. Ich sehe es auf zwei Dingern gelandet. Auf drei insgesamt. Die hat ja auch so'n Feld. Äh. Bin mir ein... Äh. Ist da... Macht mir... Na gut, ich glaub' ich glaub' ich auch. Bin auch auf drei gelandet, weil ich einmal die Abkürzung genommen hab', oder? Hab' ich die Abkürzung genommen? Ne, hab' ich nicht, ne? Oder? Oder? Ne, weiß ich nicht mehr. Kann sein. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ihr merkt's ja. Beste Uhr setzen auf, der für mich ist. Ähm. Komm, Lutscher. Zock' mir alles ab. Mario will seinen Bruder haben, macht euch das Gefühl. Luigi, Luigi. Ihr seid beide auf schwach. Go, Luigi. 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 Münzstern. Bye, bye. War schön, dich kennengelernt zu haben. Tschüss. Scheiße. Ich muss zum Stern kommen. Ich brauch' noch einen. Das reicht vielleicht von dem Bonusstern. Ich bin mir relativ sicher, den Minispielstern krieg'. Aber. Es ist halt keine Gegebenheit. Toll. Das ist super. Ja, gut. Okay. Hier gewinnen halt alle. Und für den Münzstern ist das halt ein tolles Minispiel, vor allem für Mario. Denk dran an die Säcke. Nein, hol' ich den Sack. Nein, der Sack. Oh, scheiße. Ja, hab' ihn. Sehr gut. Hol' dir, Mario. Ja, ich hab' ihn. Einde. 21. Okay, sehr gut. Oh, yeah. Wobei, Mario hatte 144 Münzen, aber wir hatten auch schon verdammt viele Münzen. Wir haben ja auch schon Geld ausgegeben. einiges. Hier haben es zwei Sterne, hier haben wir große Pflanze. Bitte eine gute Zahl. Naja, das ist okay. Oh nein, ich kann gegen die kein Duell machen. Das ist ein extremer CPU. Die schlage ich im Leben nicht. Never ever gewinne ich gegen die. Das kann ich mir jetzt nicht leisten. Eine. Ich kann mir das nicht leisten, jetzt viel zu setzen. Wenn ich verliere, dann ärgere ich mich nur. Nein, 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 nein. Okay, ich würd lachen, wenn ich das gewinne. Aber warten wir erst mal ab. Warten wir erst mal ab. Ich bin gut in dem Minispiel. Aber je länger es dauert, desto nervöser werde ich auch. Oh Gott. Oh Gott. Ja, also Peach, ich hab den ganzen Tag Zeit, ne? Du musst es nicht. Oh, das war ein bisschen... Dann merkt ihr jetzt, warum ich nicht viel Geld setzen wollte. Es kann so böse nach hinten losgehen. Es dürfte sich auch gleich der Zeiger bewegen. Oh Gott. Oh. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Das kann dauern. Wie gesagt, ich bin hier gut drin. Manchmal hab ich auch ein bisschen Angst, ne? Oh, Alter. Was zum Teufel. Das kam gerade ein bisschen sehr überraschend. Ja, Peach. Jetzt verreckt doch mal. Ich hab zur Zeit immer nicht den ganzen Tag. 31. 32. Aber ich hätte gewonnen. Da bin ich gut drin. Mich hier zu schlagen, also das ist schon ne Kunst. In dem Minigame. Aber ich wollte es nicht riskieren. Ich hab mich nur geärgert. Maßlos geärgert. Ja, nimm deine neuen Münzen. Jetzt schieb ich dem auch noch. Noch fünf. Okay, gut. Aber trotzdem. Ich schieb dem Geld zu. Das ist nicht gesund. Aber alles egal, wenn ich noch zum Stern komme. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. so viel angenehmer oh mein gott das ist so ein unterschied der ist ja irreddustige pflanze noch nein du schaffst es nicht mehr hoch zum sternen mario vor allem so nicht ich bin echt mal auf die spielsterne gespannt weil er könnte das duelle eben auch mit reinziehen ist ja auch ein minigame haben wir gewonnen und direktes gewonnen oder das darfst du bausern gumbas in farbe sehr gut es geht darum die gumbas einzufärben hat man schon mal im display da ist es jetzt ist die chance jetzt gar nicht so schlecht dass wir gewinnen andererseits stelle ich gerade an der letzte lappen mario schätze doch beschissen haben so viele blauen gumbas das gibt es doch nicht mario kommt doch mal oben ja wir haben gewonnen wir haben gewonnen wir haben es die haben nur drei weiterer wichtiger punkt im kampf gegen peach ich habe gute hoffnung dass wir gewinnen in den zwei runden schaffen wir es noch hoch bis zum stern wir können uns fast nichts mehr daran hindern außer schlechte würfelzahlen oh mein gott und nicht schon wieder man ich will nicht immer da wo du wohnst nein was hast du für mich tot was hast du toddy ja moin rip rip start Ah, ich bin... Oh Gott. Die macht keinen Fehler. Das ist scheiße. Oh, ich hab mich gut geschlagen dafür, dass sie keinen Fehler gemacht hat. Ich war nicht so weit hinter ihr. Hat sie den Sixig zurückgeholt? Scheiße. Aber ich komm trotzdem noch zum Stern, denn er kostet mich nur die Hälfte. Oh, ja. Weißt du, ich ähm... Geiles Geschenk, nicht der Rede wert. Du stehst, ich muss niemandem zählen. Baut es aus abgauen. Das hast du verdient, Luigi. Der hat mir den Stern gerade geklaut. Ich komm da nicht mehr hin. Das heißt, Peach gleicht den Stern aus. Oh mein Gott. Das kommt wirklich auf die Bonussterne an. Das kommt auf die Bonussterne drauf an. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Ich hab mehr Münzen, ja. Ja, ich sollte es eigentlich haben. Ich sollte trotzdem gewonnen haben. Ich glaub, wir haben alle drei Bonussterne aktuell. Außer Mara, den Münzstern haben wir nur zwei. Aber den Münzstern sollte man haben. Und der Ereignisfeld dürfte auch gut aussehen. Also ich glaub, wir haben Peach im Sack. Jetzt bin ich gespannt, wie gut sich Peach hier anstellt. Im Verbund mit mir. Okay, wir haben ihn. Aber wir schlagen uns erstaunlich gut gegen einen Extrem-CPU. Ich hätte gedacht, dass die uns allen Minispielen einfach platt macht. Und dadurch so viel Geld hat, dass wir keine Chance haben. Aber wir haben tatsächlich... Ja, ich kann ja jetzt nicht da hinkommen. Du Witzbold. Ja, wow, toll. Super. Toll gemacht, Luigi. Das stinkst doch, ey. Ja, pff. Auch hier hab ich Pech. Ja, das hast du verdient. Komm, würfel da eins, 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 würfel da eins. Also auf dem Board haben wir nur durch die Münzen gewonnen. Denkbar knapp. Jetzt noch unsichbarer Blockstern. Würde es zu meinem Glück passen. Muss ich Mario noch einen Stern? Und dann wird's aber mal richtig eng. Oh mein Gott. Mario übernimmt die Führung. Es kommt einzig und allein auf die Bonus-Sterne an, wer hier gewinnt. Scheiße. Also auf dem Board hat Mario gewonnen. Congrats, Mario. Das war gut gemacht. Ja gut, Luigi hat eigentlich keine Chance. Außer ich pass nicht auf. Nein, aber das sollten wir gewinnen. Nein. 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 Und dann lachen über Mario. Oh, Pete, du blö... Oh, der Extrem-Zip-U-Bild so gefährlich ist, den wird man nicht besiegen. Ja, gut. Ja, das war ja gerade mal sehr peinlich. Egal, alle Runden sind gespielt. Tolle Partie, komm mit den Ergebnissen. Wer wird den Gesamt-Sieg davontragen? Es ist wirklich spannend. Mario führt aktuell aus seiner Münzen. Geben wir als erstes durch, wer sich vielleicht den drei Boni verdient hat. Also, als erstes vergeben wir jetzt den Münzen-Bonus. Den erhält der Glückspilz, der am meisten Münzen sammeln konnte. Und dieser Bonus geht an... Mario! Oh, shit. Wir brauchen die anderen beiden. Das hat mir keine Chance. Ja, das sieht ja ganz gut aus. Das muss er ja nicht gewinnen. Es gibt meinen Wunsch erfüllt. Dankeschön. Wobei, ein Minispiel-Bonus. Ja, bekommt den. Ja, selbst wenn sie ihn bekommen, sie hat weniger Münzen. Yes! Ausgleich. Und jetzt gilt's. Ereignis-Stern. So, und zum Guterlässe haben wir ihn noch einen Ereignis-Stern. Den bekommt Rosalina aber eigentlich nie. Also, mal sehen. Der Bonus geht an... Ich glaube, Peach. Das gibt's nicht. Mario hat gewonnen. Ausgerechnet ein schwacher CPU hat gewonnen. Was? Zum Teufel. So, jetzt sind wir es, weil ich das Ereignis vergübt und kann. Und das mache ich mit Freude. Schnauze. So, gewonnen hat... Diesen finalen Brett. Nicht Luigi, nicht Peach. Es ist entweder Mario oder Rosalina. Hihihihihi. Ciao! Alter, diese Demütigung. Diese Demütigung! Es war der... Das ist ein schwacher CPU. Ein schwacher. Entschuldigung. Mario hatte den ersten Platz geschnappt. Sensationelle Vorstellung. Also wirklich, das war prima. Ich hatte keine auf dem Zettel gehabt. Eher Peach oder Rosalina. Und beide haben verkackt. Wow. Wer so viele Münzen mit du sammelt, hat sich den Sieg redlich verdient. Rosalina hat den zweiten Platz herum. Nicht ganz der Sieg. Er war toll gespielt. Du hast großes Könnenbeweis mit den meisten Minispielsiegen. Das hat kein Geld gesammelt. Das war halt doof. Den dritten Platz hat sich Peach gestabbt. Tolle Vorstellung. Du hast oft dein eigenes Feld besucht. Du magst wohl Erdbeeren, was? Auf dem vierten Platz ist Luigi. Naja, Luigi ist immer letzter eigentlich, nicht wahr? Ist halt ein Lappen. Bist zum Ende toll gekämpft. Du warst oft auf dem Bowserfeld. Das ist mal auch nur ein Lappen. Dein Mut tut seinesgleichen. Ist es Mut oder Dummheit? Ich weiß es nicht. Was für ein großartiger Wettkampf. Kommen wir nun direkt zum Endergebnis, das mich sehr freut. Ich hasse dich tot. Weiß ich. Das gibt es doch nicht. Jetzt will ich es aber wissen. Okay, das war eindeutiger als ich dachte. Ich gebe es zu. Minispiele haben wir sehr eindeutig für uns gewonnen. Ja, versteckter Block hatte ich einen. Dann wurde ich wieder mal verarscht von dem Ding. Wir sind am weitesten gelaufen. Wir haben am meisten Items eingesetzt. Zusammen mit Luigi. Und am meisten gekauft. Zusammen mit Luigi. Die waren nur dreimal auf dem blauen Feld. Aber zweimal auf dem roten. Die war einmal mehr drauf. Ernsthaft? Uff. Ey, weißt du. Fünf Ereignisfelder ist schon echt nicht schlecht. Die hat sechs. Holy Shit. Alles klar. Alles klar. Okay, gut. Keiner war auf Chance Time. Ich war fünfmal auf dem Glücksfeld. Am meisten auf dem Glücksfeld. Das ist das erste Mal überhaupt. Und Luigi war einmal auf Bowser. Ja. Keiner war auf Versus. Und ich habe vier Sticker eingesetzt. Ja, weil das ist doch nicht wahr. Und einem schwachen CPU besiegt. Das ist doch peinlich. Ich gehe mich jetzt irgendwo verbuddeln. Reicht es für Level 99 jetzt? Wahrscheinlich nicht, weil wir nicht gewonnen haben, oder? Doch, es reicht. Level 99, Leute. Ist das bitter, ey. Ich habe im Let's Play noch kein Brett verloren. Oh, ist gerecht gegen einen schwachen CPU passiert's. Oh, holy. Ja, wie gesagt. Ich gehe mich jetzt irgendwo verbuddeln. Es gibt neue Enzyklopädie-Seiten in Toads Laden. Ist schön. Und beim nächsten Mal kaufen wir dann Toads Laden leer. Und gehen dann auf ein Minispiel. Ich, äh. Hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte nicht so viel Spaß. Nein, ist ja gelogen. Ich hatte schon sehr viel Spaß. Aber es ist trotzdem das schwächste Brett von allen. Und diese Niederlage eben, die tut einfach nur weh. Aber gut. In jedem Fall, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch gerne einen Daumen nach oben. Und drückt die Glocke, um immer benachrichtig zu werden, wenn ich ein Video hochleite. Ansonsten macht es nicht gut. Macht es besser. Und folgt mir auf Twitter, wenn ihr die neuesten Nachrichten haben wollt. Was die Kanale angeht. Weil da poste ich immer zuerst. Ja, ansonsten macht es nicht gut, macht es besser. Und bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel. Ciao.